Schauen Sie, was für ein schöner Gruß bei den Juden ist, Shalom, Frieden, also Frieden allen Völkern der Welt. Bei uns fragt man jedes Mal noch, wird es gut sein, ukrainisch, russisch, sag ich ja, aber es ist nur nicht klar, wann und für wen. Es wird gut sein. Herr Zwillig, vielleicht etwas Heiteres über Schörnowitz? Es ist von mir zu viel verlangt. Die Kinder haben mich schrecklich gern, wirklich, was wahr ist es wahr. Und sie helfen mir, soweit sie können, sogar. Das sage ich jedem ab, Thias, was gibt es heute, hoffentlich etwas Positiveres als gestern und als vorgestern, und das die ganze Zeit. Und dann wünsche ich mir den Weg, ich wünsche hoffentlich, haben sie mir morgen etwas Besseres zu erzählen. Musik 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 Musik